Willkommen zurück zu let's play among the sleep und auch mein teddy ein bild so viel zeug zum aufheben so viel dinge die wir machen können oh gott da können wir rein da können wir nicht rein da können wir auch rein doch nicht rein ja aber hier können wir rein oh gott hier rollen sich wieder die tapeten von der wand nicht schon wieder nicht schon wieder ich mag nicht von den leuten weg rennen ich mag das doch nicht nicht immer dieses verfolgungsjagd ich bin ein kleines armes kind ich kann nicht immer für etwas weg rennen okay in die richtung muss ich erst mal wieder gucken ich bin ein armes kid mit teddy lass mich in ruhe weißt du so ist es klar jetzt da darf ich nicht lang muss jetzt doch erst das ding reingucken muss jetzt doch erst in das loch hier reinkommen sind die richtung weiter was ist hier los gibt es hier was ist da war es was ist hier was ist das oh spiel bad lullaby ach du heiliger ich habe den erfolg bad lullaby freigestellt ja das ist wirklich ein schlechtes oh gott schnell weg hier aber ganz schnell weg hier bad lullaby ich komme dir gleich so dann mal hier lang und schauen was hier so abgeht hier ist noch mal eine tür woher wir wieder ein kommen hier ist noch nicht schön dies aber diesmal lila zeichnung zeichnung ist gut und hier geht es jetzt nicht weiter okay dann müssen wir jetzt wohl hier rein aua teddy teddy komm her so neun tür teddy hier ist einfach mal nichts der globus dreht sich okay hier ist die nächste tür hallo wie kommen wir da jetzt durch das wird eben ein gadget finden ein hut ne hut ist glaube ich nicht das was wir brauchen da ist vernagelt hier war auch nichts oder hier ist einfach ah nee hier geht es weiter ach du heiliger hier geht es noch weiter ja leck mich am oisch okay okay aber hoch hier it's a dungeon it's a welcome to the dungeon wo kommt schon wieder dieses licht hier oh gott da müssen wir gleich noch zu lang kriechen ich will aber erst noch kurz hier durchgucken das sind böse Dinge die wir uns hier noch erwarten mögen hier kann ich offensichtlich auch oder lang krieg hallo steh mal kurz auf bitte teddy hier war da noch was was ich gesehen hatte oder da da ist es da ha ich wusste es ich wusste es ha ha gut ähm wie sie sehen sehen sie nichts okay auf zum licht krieg wir kriegen mal zum licht wenn wir hier durchkommen sofern wir hier durchkommen okay hier geht es nicht durch eh darf ich raus hilfe hilfe okay hier lang ich folge einfach mal dem licht das hilft mit Sicherheit hallo hallo oh gott alles lila was ist das denn teddy teddy hilf mir okay ganze Haufen Spielzeug und das Pik Ass darf ich nicht mitnehmen wenn holding an object use none to throw it hm hm was ist denn none was ist denn none hm ach da muss ein mond rein dann suchen wir mal den mond ach muss das ding da oben äh was okay moment mal options controls throw object ja das ist noch nicht okay wir nehmen mal dafür das Q geht nicht eher nur das U oh äh was war das jetzt muss ich gerade mal gucken options console U zum werfen schön dass das nicht voreingestellt ist das ist ganz schlau kannst du kurz aufstehen danke so U das geht nicht nehmen wir mal den tennisball oh so oh oh schnell weg schnell weg gib mir die Blüte gib mir den mond wo ist der mond hin mond bist du ach ich hab ihn okay schnell vorwärts so ähm öffnen okay jetzt brauchen wir einen stern ein stern wo ist denn hier ein stern aha teddy teddy dankeschön da oben ist der stern da ist der stern wie komme ich da ran ja Sport 40 1 2 1 3 3 hier so dann hier so dann Wenn ich hier runter falle, dann bin ich wahrscheinlich tot. Da hinten ist noch was. Yep. Tschüss. Friedlichen Tod. Okay. Continue Story. Nochmal. Irgendwie. Gut. Da sind wir. Also, da oben müssen wir irgendwie hin. Let's have a look. Ähm. Was machen wir jetzt? Da hinten leuchtet was. Das Ding da oben müssen wir irgendwie kriegen. Ähm. Ja gut, ich habe keine Ahnung. Oh. Hi. Vielleicht hilft das hier. Oh. Ein Stuhl. Oh. Ich weiß noch nicht so ganz wie der mir helfen soll, aber es ist ein Hocker, Stuhl, irgendwas, den ich anscheinend irgendwie verwenden soll. So, jetzt bin ich hier. Ich sehe zwar noch nichts, aber ... Oh, was ist das denn da? Ähm ... Gut. Also, ich hätte einen Stuhl. Wie hilft der mir? Da ist ein Seil. Es ist was ... ich bin gerade etwas so hier ist nichts was mir helfen könnte also jetzt gerade bin ich ein bisschen ratlos da muss ich hin da muss ich hin das ist doch also das sieht aus ob ich da hin müsste stuhl komm mit stuhl ich sagte stuhl komm mit jetzt verarschen stuhl komm her einmal hier hier hin dankeschön war das jetzt nicht richtig da bin ich gekommen das ding ist vernagelt das ding ist vernagelt hier ist nochmal was was ich aufmachen kann nein das ding ist vernagelt kommt lass mich durch komm schon ich bin echt der meinung ich muss hier das ding da oben aufmachen da passiert aber nichts da passiert einfach gar nichts ist das hier ist die box oh hallo ach hallo so okay mal hier wieder hoch einmal zurück darf ich da runter danke also bitte danke vielleicht jetzt komme ich nicht wieder runter oder wie ach jetzt geh weiter so wo ist das brett da ist das brett und hier hoch ja so lasst mich in ruhe ich hab euch nichts getan okay wir gehen hier lang wir wissen jetzt wie wir wieder hinkommen ja eins und zwei und komm schon drei okay und dann da Teddy Teddy hilf mir Teddy du machst es du bist bester Teddy so und dann gibt es hier das Sternchen 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 wie kriege ich dich äh was ähm darf ich da durch wie komme ich da durch ähm ja gut also ich hätte jetzt gerne das Sternchen mitnehmen aber ich darf nicht jetzt würde ich da gerne rein aber ich darf nicht okay dankeschön da geht's runter hier nochmal auf da oben ist der Stern okay bin ich jetzt wieder ich bin wieder in meiner Küche ne hoch da hoch da ist der hoch da oben muss ich hin wie kann ich denn da oben ran irgendwie über den Kühlschrank kann das sein kann ich hier im Kühlschrank irgendwie die Schubladen aufziehen oder so wie komme ich jetzt da oben ran wie komme ich jetzt da oben ran richtig richtig wir nehmen einen Apfel und wir werfen dankeschön der Stern ist mir wo ist der Stern hin wo ist der Stern hin wo ist der Stern hin mitnehmen dankeschön raus hier aber ganz schnell raus hier Teddy okay okay hier lang nochmal da durch vielen Dank Sternchen Action äh wo ist wo ist wo ist wo ist jetzt der wie ist das Ding jetzt weg was soll das ernsthaft jetzt äh was ernsthaft jetzt habe ich das ich habe den Stern noch okay ähm ja nö ich komme jetzt zurück nee ähm ja jetzt ist die Frage wie komme ich zurück das ist jetzt unlustig wenn das Ding weg ist das wäre jetzt sehr einfach gewesen wenn da schweinepriester eh Platz machen ich muss hier durch Aua äh 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 ähm äh äh hallo okay von da bin ich gekommen und jetzt äh 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 kann ich hier hoch und hier hoch ok und dann hier hier rein das heiße spießruten lauf ok jetzt sind wir jetzt sind wir hier ich dachte ich wüsste wo ich bin aber nö anscheinend doch nicht so wie da bin ich hergekommen ok ja aber hier komme ich nicht lang hier komme ich her oder da komme ich gerade her so jetzt kann ich hier durch kriechen ich suche im grunde genommen nur den weg zurück zu dem stern aber ich finde ihn nicht hier geht es nicht lang ok ich bin verwirrt ok ein kleines labyrinth hier anscheinend ich würde sagen wir machen jetzt hier eine kleine pause und sehen uns in der nächsten folge wieder bei let's play among the sleep hat mich gefreut dass ihr eingeschaltet habt ich würde mich noch mehr hören wenn ihr nächstes wieder einschaltet bis dahin tschauuuu tschauuuu